Jo Freunde was geht, willkommen zu diesem Video und zwar ich blende euch am Ende erst die Pranks hoch aber ich konnte das nur zweimal machen mit dem Who Prank, also Erschrecken Prank weil es ist, beim zweiten Mal ist es komplett eskaliert das heißt, also es ist komplett eskaliert, beim ersten Mal war normale Reaktion aber beim zweiten Mal komplette Eskalation ihr könnt es auch nach der Kamera, war auch komplette Eskalation deswegen habe ich mir so gedacht, weil das Video nicht so richtig klar hat mache ich jetzt ein Bedankungsvideo und am Ende schon wie gesagt, bin ich jetzt alle Part ein und ich wollte mich richtig abnormal, richtig abnormal krass bedanken für diese 4K innerhalb von 2 bis 3 Monaten das ist einfach so krass, ich dachte nie, dass ich sowas erreichen werde also in dieser kurzen Zeit, ich wusste schon, dass ich ein bisschen erreichen werde bei meinem Instagram dies das aber ich habe nie gedacht, dass ich so schnell 4200 jetzt schon 4200 Abonnenten erreichen werde es ist einfach so krass, ich wollte mich nochmal unnormal ab nochmal bedanken jeden Kommentar, jeden Liker, jeden Aufruf jeder der so mich supportet, jeder der über mich gut spricht auch an die Hater, schöne Grüße Hater und ja, das wollte ich dann nochmal sagen und ich blende euch jetzt alle Parts hinten ein und nicht zu vergessen zu sagen bei 5K kommt ein Special, ein geiles Special ihr könnt es auf eurer Art machen und vielleicht noch ein Gewinnspiel noch kleines Gewinnspiel für euch weil ihr mir das alles gegeben habt und ja, ich würde mal sagen, schaltet euch das Video bis zum Ende ein und ihr müsst in die Kommentare schreiben, was ihr Videos noch mit Juli sehen wollt was ihr Pranks noch sehen wollt, was ihr Videos noch mit Kasim sehen wollt und immer meine Video gucken, verlinke ich paar, verlinke ich mich und ich würde mal sagen, schaut euch das Video bis zum Ende an und peace out und Entschuldigung, dass es nochmal so kurz geworden ist, weil es ist kaputt gegangen, hat 20 Euro gekostet es hat sich nicht gelohnt, nochmal ein neues zu kaufen Yo, meine Freunde, willkommen zu einem neuen Video mit dem nächsten Pranks mit Kasim Ey, seht ihr das hier? Diese verdammte Scheiße, 20 Euro das ist so ein Hoop, Dings, da wie ein Hoop, also das ist erschreckend Pranks ey, wir machen einen Schreckend Pranks aber das ist so laut, ihr könnt, ich kann mir, ich kann mir, ich kann mir, ich habe mich gerade selber erschreckt ey, das ist so laut, wir gehen da von hinten und dann in die Nasen und guckt einfach mal zu ey, das ist kassi hey, muss das sein? tut das weh im Ohr? hallo, muss das sein? tut mir leid also, mach das wohl bei deinem Kumpel am Ohr ja, aber das waren alle Leute hier Mensch, was willst du? was willst du? was willst du? was willst du? sag doch, was willst du? w οποist du? sag doch, sag doch! sag doch pis sag docho sag doch, sag doch sag doch w